Was ist eigentlich eine Kryptowährung? Kryptowährungen, auch Kryptogeld, sind digitale Zahlungsmittel. Soweit klar. Sie basieren auf kryptografischen Werkzeugen wie zum Beispiel Blockchains. Als Zahlungssystem sollen sie schneller, preiswerter und sicherer als das Bankensystem sein. 2009 wurde mit dem Bitcoin die erste Kryptowährung öffentlich gehandelt. Stand Mitte 2018 sind über 5000 weitere Kryptowährungen in Verwendung. Nach Einschätzung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFIN, handelt es sich bei den meisten Kryptowährungen allerdings eher um, sagen wir, Unternehmensbeteiligungen, Investmentprodukte oder Vermögensanlagen mit all den damit verbundenen Risiken natürlich. Nur sehr wenige Kryptowährungen erfüllen die strengen Anforderungen, die sie zu einer anerkannten Ersatzwährung im täglichen Zahlungsverkehr machen. Für Deutschland hat das Bundesministerium der Finanzen klare Regeln aufgestellt, die zum Beispiel von der Rainbow Currency vollumfänglich erfüllt werden. Deswegen entschließen sich auch immer mehr Shops, Rainbow Currency als alternatives Zahlungsmittel zum Euro zu akzeptieren. Ich hoffe, ihr seid jetzt wieder etwas schlauer geworden und verpasst nicht meine anderen Videos mit wertvollen Informationen zu den Themen Blockchain und Co. Euer Mr. Crypto. Gibt es ein Krypto-Thema, das euch besonders interessiert? Dann schreibt es bitte einfach unter das Video und Mr. Crypto kümmert sich darum. Dann könnt ihr auch bald sagen, Danke Mr. Crypto, das war super. Bis zum nächsten Mal.